Willkommen in diesem schicken Fiesta-Trend 1,25, der schon bald vor Ihrer Tür stehen könnte. Herzlich willkommen im Autohaus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die elektrisch anklappbaren Spiegel bieten beste Übersicht. Der Coupé mit drei Türen sieht schick aus. Hinten finden bequem drei Passagiere Platz. Dieser Fiesta ist schon mit dem neuesten Reifendruckkontrollsystem ausgestattet. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die höhenverstellbaren Vordersitze sind sehr bequem, auch auf längeren Fahrten. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das Auto schützt Sie rundum mit ABS, ESP, sieben Airbags und den Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen ein super im Zahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Kommen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017